Hallo! Ups! Dieser Ausblick von hier ist so schön! Ja, ich bin, wie in letzter Folge schon gesagt gewesen ist, bin ich so in die Ferne gelaufen, so in die Richtung, wo keiner von uns bis jetzt hingelaufen ist, ne? Nach Süden! Nach Süden, genau! Süden wie Sattler! Süden wie Sattler, ja! Und hier ist so eine richtig schöne Bergformation! Wahnsinn! Ey, was machen eigentlich hier all diese Bäume mit ihren Blättern? Ey, sind die Postboten oder was, ey? Atomkraft ist gut, weil das staubt nicht! Finde ich auch! Ups! Daubi, 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 say! Silly, Silly, Lady! Ey, ich schwör, ja! Und, wie geht's, dein Sattler? Keine Ahnung, ich such grad Sattler! Schön, schön! Soo... Aber was würdet ihr dazu sagen, wenn wir das nächste Mal auf die Idee kämen, einfach ein bisschen Survival, so vielleicht als Abonnenten-Special oder so, auf einer ganz alten Minecraft-Version zu spielen. So auf, keine Ahnung, so einer Alpha-Version oder so einer frühen Beta-Version oder Beta-Version generell. Was würdet ihr dazu sagen? Findet ihr das cool oder findet ihr das voll scheiße? Ich glaube, die respektieren uns nicht. Ich habe auch keinen Antwort gehört. Ich auch nicht. Was ist los, Bruder? Seid ihr irgendwie dore Viren oder so? Ach, sag mal. Habt ihr sie nicht mal alle? Uns einfach zu ignorieren geht gar nicht klar. Naja, übrigens, ich bin der Fred. Ich spring heute für den Otto ein. Ja, das ist richtig. Ja, Otto ist nämlich krank geworden und ich bin der Fred, aber ich habe einen Sprachfehler, also lacht beziehungsweise über mich. Ich bin sehr sensibel. Ich bin ein Sieber im Moment und kenne den Kribbel auch schon so lange wie der Daniel, also der Otto, den Kribbel kennt, das ist jetzt generell ziemlich... Ich habe einen Sattler gefunden. So nennt ihr das doch du und Daniel, oder? Was? Du und Daniel, ihr nennt das doch Sattler, ne? Ja. Ja. Also das, 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 das... Zuckerrohr nennt ihr Sattler, ne? Ich mag mich nicht dran drehen. Sorry, du hast mich eingeladen für Daniel einzuspringen. Ich kenne dich gerne. Sorry. Äh, ich bin einfach so in diesen Skype-Chat gelangt. Hast du dich reingehackt? Ja. Aber das ist noch mehr Sattler, falls der das so nennen tut. Nee, tun wir dich. Nicht, wenn du da bist. Du gibst. Aha. Da war so ein komischer Tipp an meinem Mikrofon. Hi. Ich bin's, Daniel. Ich bin's, Daniel. Haha. Haha. Ha. Ich glaube, ich bin dumm und habe das Sattler gar nicht eingesammelt. Das war mein Inventar voll. Hey, ich glaube, das ist auch mal. Ich glaube, Fred war gerade da. Äh. Fred ist echt so dumm, ne? Fällt ihm erstmal nicht auf, dass das Inventar voll war. Aua. Was hast du denn hier noch die angefolgt? Ich geh gerade deinen Gang ab. Wirst du gleich sehen. Ist da so ein ganz helles Licht am Ende des Ganges. Ganz am Ende des Ganges, also ganz am Ende des Ganges, wirst du es sehen. Ich seh's. Ist ja echt schön. Ja. Guck mal, ob hier noch irgendwo Dier ist. Verdammt, ich hab gar keine Ferro dabei. Ach nein, es wird Nacht. Ich will einfach nur ein Village finden oder noch mehr Sattler. Ja, vor allem, wir müssen den Village finden. Ja. Ein vernünftiges und nicht so eins wie das, was ich da gefunden habe, das war kackt. Ich seh aber ganz viel Sattler. Oh, schön. Und ein Eisbion. Ich kann auf Eisjumpen gehen, yay. Und noch mehr Sattler, ja, hier ist echt viel davon. Das ist düd-düd awesome. Das sieht mir nicht dann raus, als ob hier noch irgendwo Diers sind. Also, ähm. Ich glaub, Kribbel, ich mach das so, dass ich auch noch ne Farm, weißt du noch, wie auf der ersten, in der ersten Staffel, so in der ersten Serie, die wir gemacht haben, da hab ich ja ne Farm gebaut, ne? Ne Raid Farm. Ich glaub, so eine mach ich auch nochmal. Ach so, am Wasser, ne? Ja. Das geht jetzt nicht mehr, in den neuen Versionen kann man das nicht mehr von Minecraft tun. Das Problem ist, wir haben keine richtig, wir haben keinen Meer oder so einen Seer in der Nähe. Wir haben River in der Nähe. Ist echt? Ja, ja, der ist echt gut. Da hab ich geangelt, schon. Dann lass uns da ne Minecart-Strecke hinmachen, ne kleine. Das ist vielleicht zwei Blöcke entwert. Ist echt? Ja, sag ich doch! Wow, wow, damn, damn, Lever. Noch mehr Pumpkins. Weißt du mal, wegen Pumpkin. Hast du die Beatbox gehört? Ne, wir reden grad nicht, deswegen weiß ich nicht. Wo komm ich jetzt hin? Ah, in nem normalen Biom. Ach, ein Rewor... Hier ist keine Höhle dran. Hey. Ach, nee, Graviel. Hab vergessen zu stoppen, wann wir angefangen haben. Ist egal. Dammit, dammit. Dammit. Ha, göy. Total tuntig. Aber doch, ich kann das ausrechnen. Wir haben ja ungefähr... Wenn wir hier soweit 5, 2, 43 Minuten sind, dann können wir Ende. Ich weiß schon, wann. Oh, ich jetzt schon wieder wüsste, was ist da los? Oh, ich jetzt schon wieder wüsste. Oh, ich brauch deine Pfeile, Alter. Auch eure Pfeile. Oh, die sind die zielsicher. Oh, da ist ein Dschungel-Tempel. Oh, da ist ein Dschungel-Tempel. Dammit, ich will auch. Ah, ah, Alter, ich muss rennen. Oh Gott, oh Gott, ich renne einfach in den Sandtempel rein. Bring mal guten Loom mit. Wenn nicht, komm gar nicht erst zurück. Das sind die kleine Butze. War das nicht auch ein Ziel, einen zu finden? Sandtempel? Nein. Haben wir überlegt. Haben wir nicht gemacht. Jetzt ist ein Ziel, ne? Doch, doch, das war ein Ziel. Nein. Hier musst du auch noch die Röse sein. Oh ja, oh nein. Oh, die habe ich, boah, dein Scheiß. Ach, dein Scheiß. Kann man eigentlich die Falle, die die schießen, die dann im Boden stecken, nicht aufsammeln? Nee, leider nicht. Schade, das wäre richtig nice. Ist so. Ich habe hier ein gutes Gefühl, ich muss Diamanten sein. Hier runter. Nein. Hier hinter. Ich habe aber keinen Platz mehr, ich setze mich hier in Waypoint hin. Ich setze mich hier in Waypoint hin. Habe ich nicht gesagt, dass ich mir hier ein hin setze? Ich habe mich verstrengt. Vielleicht ist es auch nur mein Gehirn. Ah, gar kein Problem. Dann können wir hier hinkommen, wenn wir, ähm, den Stein, die Steine abbauen wollen, weißt du? Jo, stimmt. Aber jetzt loote mal. Ah, ich doch gerade. Ja, ein bisschen zügiger. Wir haben ja nicht die Gäste hinter dem Kreis. Weißen? Was? Ich muss mich hier schon irgendwie im Kreis runterbauen. Das ist kein Grund. Ich bin halt nicht so schlau wie du. Ich glaube, da hat irgendjemand ein Tor geschossen in irgendeinem Spiel gerade. Aber ich war das. Soll ich auch TRT mitbringen? Bitte. Jetzt sammelst du bitte auch wirklich. Ich bin dabei, aber ja. Also, Knochen, Knochen, Knochen. Knorkel, Knorkel. Eisen, Eisen. Oh, Knochen, Knochen. Ich kann Eisen nicht mal mitnehmen. Ist das nacht? Oh ja. Nein, nur zwei Emeralds. Kein Deer da drin gewesen. Puh, was will man denn mit Emeralds? So ein bisschen Handel. I don't care. I love it. Oh, da sind doch eh so scheiß Preise, die Villager. Ja, die sind echt voll die scheiß Geschäftsmänner, ey. Boah. Schwör, Alter, schwör. So, Sheldetorn, du gehst jetzt fliegen. Bam! Ich kann hier eigentlich was depositen, weil wir eh nochmal zurückkommen, ne? Hat niemand gesagt. Ein Sattel kann ich hier depositen. Ein Sattel? So steht hier jetzt auch nicht. Hm, da, oh. Kann ich ja schon mal reden. Mein Name ist so logisch. Warum? Hallo, man muss so ein bisschen den Kopf einschlagen. Man kann ja nicht auf den Brust schlagen, um da die zu weiten. Das weiß doch jedes Kind. Sorry. Ich weiß, ich bin dumm. Ich war so dumm. Wie kann ich nur so dumm sein? Das ist besser. Oh, hallo, Mr. Sabre-Kambe. Hallo. Oh, Gitte, ihr Eisgarten hat mich getrickt, Alter. Bam, bam, bam. So, 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 so. Und weiter Richtung Süden. Was ist das so falsch, oder? Nö. Das passt. Du 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 um aber auch die gegründeten gegründeten eigentlich war ich das schon wenn wir die Leute auch meine Perspektive sehen könnten ist so vor allem erlebst du die Action mehr und ich hier langweilige Blöcke abbauch deswegen musst du auch mal bald aufnehmen naja ich weiß da ist ich meine die viewers cannot wait for your Prospektive Prospektive oder Perspektive das andere nein Perspektive Prospektive Prospektive Da war gerade so ein Suicide Spidermabam So Oh, schau. So. Päng. Did you know that suicide spirals tend to do suicide? Oh my god. You didn't say that. That's like so incredible. Oh, it's so amazing. I'm so blazed right now. I could say I've got a blast. Look, I've got a blast. What you got? You seriously got a blast? Oh my gosh. Blasen nicht richtig. Okay, we have to be a English. Die Hühnchenchen voll in water. Die Hühnchenchen voll in water. Die Hühnchenchen voll in water. Arr. Hey, weißt du was? Jetzt können wir zwei Jettens hinsetzen. Ich hab's gelöst, das Problem. Welches? Das hier mit Enchant Tables. Hä? Versteh ich nicht. Ich auch nicht. Weil jeder doch einen Ein Table Tablet Ach komm schon, wieso ist mein Inventar so voll? Ich hab's gelöst. Meins ist auch voll. Ja und... Voll kann voll. Ich hör wieder meinen Ton so ein bisschen bei dir. Da kommen ja die Bücherregale. Ich hab's gelöst. Ich glaub es ist es eigentlich... Ja... Bring' that beat back, boonn. Ich hab's gelöst. Ich weiß, was ist Pumper hier. Was denn hier für die Landscape, aber? Schau das ist Flatlands. Ja, das ist Flatlands. Das ist Nuss. Hier sind voll die Barschieb. Warte, wo war noch bestimmt Schafe oder? Also, ich hab's gar nicht Platz im Inventar. Ich hab noch einen Krab. Gut, mit der Alba, Bücher, Regals hier. Hier. Jo. Ähm, brauch ich noch eben Gordl. Gordl? Gordl, Gordlstorn. Ähm, Swamp Biome. Oh, nice. Glaub ich, ja. Hey, mein Microf... Ach, das haben wir stehen geblieben. War aber nicht so. Warum ist hier keine Watercolor? Hey, darf ich was sagen? Was? Ähm, wie heißt das? Ich hab 49 Strings. Egal, ich hab Bogen. Ey, ich weiß nicht woher. Ach, natürlich, von der Mine. Ich hab die ganze Spindelwebe zerstört. Ach ja. Ja. Und ich hab so viele Caves von der es gedildet. Oh, das macht nicht Sinn. Das hier ist kein gewöhnlicher Swampire. Nicht? Absolut nicht, nein. Der hat richtig grünes Graf, keine Watercolors, aber so, aber halt die Linien im Wasser. Linien? Linien, ja. Linien, ich hab Linien verstanden. Heißt du das mal? Was? Wie heißen die nochmal? Linien. Wie heißen die so? Ja, ja. Ich hab da aber Linien verstanden. Weißt du, mit N wie... Wie Mausenkopf. Was? Wie Mausenkopf. Mhm. Oder morselt gut. Oh. Riedel sei mit euch. Oh, jetzt kämpft! Ja, das steht da so direkt dahinter. Ach komm. Kämpft doch einfach. Drauf geschissen, ihr kämpft jetzt. Komm, du mit ihm. Die Kühe hier, die haben einen dicken Argen. Mitten vor dem Gift. Machen die solch viel Liebe? Ja, ja. Wie kommen wir eigentlich an Schafe zum Breeden? War nicht ne Challenge, dass wir jedes Animal einmal breeden? Nein. Okay. Ultimate Breeder. Neu-Jet. Gut, das hab ich. Das hab ich. Jetzt kann ich nochmal eben... Oh, ich freu mich schon so auf Äther, ne? Oh, das wird heftig. Oh Gott, hier ist ein Riesen-Eismeer. Oh, da hinten ist ein Sattler. Bring mal ein paar Sattler mit. Naja, ich hab schon 23. Oh Gott. Was ist denn geil, ey? Und nochmal, ey? Und nochmal vier Sattler mehr. Yeah. Yeah. Die Gähne. Wir brauchen richtig viele. Ich bin am Ende unserer Web angelangt. Hier kommt nur noch mehr. Well, that's unfortunate. Und ab in die Höhle. Geh's noch ein bisschen minen. Ich geh jetzt einfach straight down minen. Wenn ich sterbe, ist das okay. Weil ich hab keinen Bock, den ganzen Weg zurückzulaufen. If you know what I mean. Indeed, I do. Ähm. Wollte ich gerade noch was machen. Jetzt bin ich in die Höhle gelandet. Oh. Oh, die ja. Echt? Oh, hier ist ein Fett. Fett. Fett, Alter. Richtig Fett. Ah, alle Schwede. Äh, Pfeile, Pfeile. Ich hatte mal Pfeile. Warte, Arnie. Korbel, Dirt. Ist sie gerade Gold? Das könnte ich auch mal abbauen gehen. Wäre wo eine Kiste, wo wir Flink treten? Ich soll aber Gold abbauen, ne? Äh, jaja. Da sind die schon alle besetzt, die Kiste. Kacke. Was suchst du? Ich bin die Kiste. Ah, ich hab eine genug. Was willst du denn verstauen? Nein, Kacke. Was hast du gegen Minecart-Rais? Nein. Jetzt ist zwei Gold sind in die Lava gefallen. Gut, das hab ich dann. Nicht gut. Hä? Äh. Nicht gut, dass zwei Gold in die Lava gefallen sind. Ja, spring da her, komm. Ich will nicht mehr auf diesem Planeten leben. So. So, so, so. Hm. Hm, 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 hm. Oh Mann. Hm. Ich bin am Badrock angelaufen. Auch. Ja, Friede sei mit dir. Stане. Hm. weil ich hier nichts finde ich will an die erfinden einer reicht mir schon einfach um ein gutes gefühl zu haben jetzt bin ich echt in lava gefallen scheiße jetzt ist doch nicht mehr absicht ich habe ich habe mir würde ich gegraben so eine scheibenkacke ist ja ja theoretisch müssen jetzt der aufnahme beenden langsam das sieht relativ unschön aus von außen mit der ganzen holz und erde so das ist so und natürlich so vermischt ja sieht so ein bisschen unästhetisch aus nicht sorry ich bin auf dem weg zurück wo ist der see das der fluss wo ist er sie auch da ist der fluss dann brauche ich immer die farme ich habe kein holz und wir lassen mal beenden die folge die die was für eine jumpy act war das denn jetzt gerade wo bist du du bist doch da so gut wie da hier siehst du mich ich stell mich mal hier drunter einfach so nicht voll auf jeden Fall nur weil du nicht PvP'n ge- ich hab einfach voll in die luft geschlossen der sitzt weg oh scheiße okay dann tschau und bis zum nächsten mal tschüss tschüss tschüss